Jetzt wird diese tolle Idee wieder zerredet, dass man ohne Lohnsteuererklärung als Arbeitnehmer 300 Euro bekommen soll. Das würde auch die Arbeitslosenstatistik verbessern. Da würden sich viele irgendwo als Arbeitnehmer einstellen lassen, nur um die 300 Euro zu kassieren. Ich hoffe, das wird noch durchgesetzt. Ich würde dafür auf Wesen gehen. Morgen geht's weiter.